Du warst doch in Mathe immer eine Null, oder? Nicht nur in Mathe. Das ist doch der Grund, warum du mich geheiratet hast. Scheiße, Baby. Scheiße, Mann. Würdest du dich bitte jetzt zum Tisch setzen? Tatsächlich. Ich will ja einfach, dass wir so normal wie möglich miteinander umgehen. Benny, hast du irgendwas damit zu tun? Ja, das ist gut. Wir spielen auch eine Chance. Wir spielen auch einionales Sex, Das ist gut. Wir spielen einiges. Untertitelung des ZDF für funk, 2017